Ladies and Gentlemen and saftige Sonntagsbraten and Creeper Willkommen zu Nebelwaro1 Mit dabei ist supercrafter unterstrich hd Jaaa Wir sind zurück aus Zelda-Zeiten 4 als Team Hashtag superbraten ist back Ohne Gott toggelt Setsch Setsch 2 Waro Wir holen Holz Versuchen zu klatschen Wir in der ersten Folge sterben Schade Schokolade Das wird Nebelwaro gewesen sein Ja So, es geht noch nie Sekunden los Oh Gott Supercraft, weißt du wo wir hinrennen? Ja Du behältst einfach die Umgebung im Blick, ok? Und schau in doch kein Holz abbauen Wie wir vorher überschrocken haben, ok? Ok Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Drei Eins Let's go Mit Nebelwaro Ich hab was 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 Laufen halt auch welche hin Laufen Laufen zu den selben Bäumen 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 Das ist ein bisschen Garnung hinterher Hier Hier, nein, wo bist du? Ja, ja, ok Das ist hier, das ist hier Paket Paket, was? Hast du das Holzform eingestealt? Ich... Wo bist du? Ich bin... Äh, bau einfach eine Workbench auf, ich bin gleich da Ja, ja, da, da, da Bau schnell eine Workbench, wir haben nicht mehr so viel Zeit Hap Hap Ich hab, ich hab, ich hab Ich hab Aber fetscht Hier, Holz Ja Ey, was machen wir jetzt? Weiß nicht, da vorne ist jemand Komm mit, komm mit Komm mit Ich glaub in die Richtung Was ist in die Richtung? Ist jemand hinter uns? Nein, niemand ist hinter uns Nein, niemand ist hinter uns Ich werd schon mal eine rum... Da ist jemand! Das passiert nicht, das ist hier Töten! Haben die Swords? Die haben Holzschwetter Ja, da ist drauf Da sind Pfötchen und so, ne? Da ist Blatt Ja, benutzt es für fünf Vorsicht! Nein! Wollt auf, warte rein! Pass auf, nein, 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 lass nicht, lass nicht Wollen wir nicht, Mann! Ich hab halt nichts zu essen Na ja, ist gut, alles gut Na ja, ist gut Wie lange wollen wir erst das machen, ne? Ja, keine Ahnung Ich hab nur noch fünf hier im Hakon da können Wollen wir gehen, oder? Digga, ich will jetzt halt nicht unsere Freize verlieren Weil wir auch kurz Holz ab, mach nebenbei Ja, hast du eventuell irgendwas zu essen? Irgendwas? Ja, ne. Ey, die Board gerade Stein-Shatter. Ja. Lass ihn, oder? Ja, jetzt, lass halt. Lass sie wieder zurück, lass sie zurück. Achso, achso, ja. Eigentlich wurde einmal gequittet. Ich wurde einmal gequittet. Ja, zwei Hits, zwei Hits und keine Schränke. Ja, ich hab halt ein Quid passiert. Ja, der hat ein Quid und zwei Hits. Wollen wir hier so Fluss drüber? Okay, ja. Ja, das ist noch jemand. Ja, das ist noch jemand. Ja, das ist noch nicht. Ja, Filti wird so gecleanet, Filti wird so gecleanet. Ja. Die haben Stone-Thots. Das ist recht. Ja, mein Glück. Filti und Sword. Ich kann nicht mehr rennen. Ja, das muss. Die kommt für uns, die kommt für uns, glaube ich. Die kommt für uns, die kommt für uns. Ja, die verfolgen uns, die verfolgen uns. Jungs, das war's, glaube ich. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Bleib doch hier. Ja, der kommt. Ja, der wartet auf seine Erd. Ja, geh noch nicht alleine rein. Ich kann nicht rennen. So, das war's mit Nebelwaru. Schade. Ähm. Gut. Das war's dann. Oh, gehst du denn alleine rein? Da hätten wir ja nicht auf den Kärtenstein gezogen. Ja, egal. Wir haben aber gemeinsam auf einen gegangen, hätten wir einen eigenen Zeugnis gekillt. Nein, nein. Glaube ich nicht. Doch. Ne, ne. War ein Lucky, dass sie halt so eine geile Wassertage hatten. Ja. Das war's mit Nebelwaru. Ja. Muss ich dazu das Fundnails aufmachen oder können? Ne, muss nicht, muss nicht. Okay, toll. Daumen hoch an Auxi. War ein geiles Projekt. Danke, dass wir mitspielen durften. GG an, äh... Nein, Gravity und so. Ja, ja. GG. War ein richtig geiles Projekt. Ja, okay. Ciao. Ciao.